Die neue RONDO GRASOMAT 4.0 steht für eine exzellente Gebäckqualität, wie von Hand gemacht. Gleichzeitig beeindruckt die Anlage durch Präzision und Prozesssicherheit. Möglich machen dies die folgenden Komponenten, darunter zahlreiche Neuentwicklungen. Der neu integrierte Kalibrierer sorgt für ein gleichmässiges, stressfreies Teigband, sowie das nahtlose Aneinanderfügen von Teigbänden. Scharfe Guillotinen hinterlassen perfekt geschnittene Fettschichten, was entscheidend ist für eine schöne, sichtbare Lagensplitterung im Endprodukt. Der Separierer erhöht die Produktivität und wurde von RONDO zum Patent angemeldet. Der Drehtisch trägt zur Präzision und Prozesssicherheit bei. Er setzt die Dreiecke für den Wickler sehr sicher und genau ab. Durch die neue, einsehbare Wickeleinheit hat man die Qualität immer unter Kontrolle. Wie für RONDO typisch steht Multifunktionalität auch bei der Quasomat 4.0 im Mittelpunkt. Dazu gehört ein reibungsloser Wechsel der Werkzeuge. Stanzgrössen und Längsschneidewellen lassen sich in kürzerer Zeit einsetzen. Auch der Bypass-Tisch ist im Handumdrehen an- und abgebaut. So lassen sich auch auf der RONDO Quasomat 4.0 viele verschiedene Produkte herstellen. Dazu gehören natürlich die unterschiedlichsten Sorten Croissant. Mit der sechsreihigen Produktion können pro Stunde bis zu 5400 ungefüllte Croissant hergestellt werden. Doch die Quasomat 4.0 kann noch viel mehr, egal ob süss- oder herzhaft, gerollt oder gefaltet, oval oder rechteckig. Dank der schnellen und werkzeuglosen Umrüstung lassen sich mit der RONDO Quasomat 4.0 in kürzester Zeit die unterschiedlichsten Gebäcke automatisiert produzieren. Die einfache und intuitive Bedienung eignet sich auch für wenig erfahrene Mitarbeitende. Sehen Sie jetzt die Vorteile der neuen Croissant 4.0 von RONDO im Überblick.